So und jetzt nehmen wir sie gleich mit raus ins Café. Pop aus Norwegen und zwar von Adly und das klingt so. So und jetzt gehen wir Ihnen gerne noch die Telefonnummer für richtig oder falsch mit auf den Weg 01371373839. Es ist halb neun und das bedeutet wir bringen Sie auf den neuesten Stand bzw Kai Sölve tut dies heute Express aus Mainz. Guten Morgen. So und dieser junge Mann hier neben mir ist Model, Moderator und Musiker. Kommt aus Norwegen, bringt also alles mit was ein... You don't understand a single word. Das ist toll. Er versteht nicht ein einziges Wort von dem was ich jetzt sage. Ich kann also erzählen was ich will, aber er bringt alles mit was ein Popstar braucht. Hat früher angefangen mit Musik in einer Hard Rock Band und mittlerweile macht er... What kind of music are you doing right now? Now I'm more into Pop, R&B. It's a bit more, what should I say, family friendly music. R&B und ein bisschen Pop, etwas für die Musik und sein Name ist Adly. Welcome. Good to have you. So you're very talented and very flexible, obviously. Yeah, I do a lot of stuff in Norway. I have my own TV show, but first of all, I'm an artist and singer and songwriter. So I'm really excited to be here today to perform my song in Berlin. First time singing in Berlin. So that's awesome. So yeah. Thank you for coming over. Wir sind gespannt, wie das gleich klingen mag. Also er ist tatsächlich ein Allround-Talent, hat eine eigene Musikshow und alles andere habe ich ja gerade schon erzählt, was er sonst noch so macht. Er ist froh, hier zu sein in Berlin und es ist sein erstes Mal, der Besuch in Berlin. Und jetzt hören wir auch die Musik von Adly. Bis morgen, 35. Tschüss. Thank you. Ja. 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 Baby, make a move on me, we can make it sound like When we get together You say you're ready to love, show me if it's right, love me tonight, babe You say you're ready to love, tell me I'll do it right, love me tonight You say you're ready to love, yeah You're ready to love Hey